Ja, okay, sozusagen April, blanker April, der mit einer Kurzversion aus Lyrik Blank startet, tief, ach Gottchen, aber das passt zum April, so, tief, ich würde deine Hand nehmen, darauf legen, spürst du es? Die Tiefe des Schmerzes, die Tiefe in mir, die Tiefe des Seins, dieses Sees, ich trage es. Die Liebe liebt einfach, sie tut es ohne Wenn, Aber, Dann, sie tut es ohne Ego-Part, sie liebt sich selbst, deshalb ist sie, ist sie, war, immer, ohne, an, unangenehm, Groß, weil sie klein sein kann, ohne Schubladen, deshalb, weil sie ist. Passt auch zum April, vielleicht spüren es manche weniger, manche mehr, es ist ein Umsordieren. Das ist fast wie ein Waschmaschinenprogramm. Im Umsordieren steigen Altes, Unerlöstes, Eis, Schlimm, Hart, wie auch immer bewertetes, jedenfalls noch bewertetes aus der Tiefe. In diesem Aufsteigen wird es sichtbar, wird es natürlich wieder spürbar, gehört zum Umsordieren, es wird in einem umsordiert, es wird, es ist eine Art Entgiftungsreinigungsprozess, wo man Altes vielleicht noch einmal spürt und es ist vielleicht auch eine Befreiung, wenn man sich von Vorstellungen, wie etwas zu sein hat und so weiter löst, aber es ist anstrengend, es wird nicht nur das Innen komplett umgelöst, auch alles, was an Sichtbaren ist. Das heißt, lassen, zulassen, dass Dinge gehen, dass Menschen gehen, alles, was ist, stimmt in diesem Moment, wie auch immer es fühlt, es spürt. Deshalb umsordieren, vielleicht ein bisschen Schleudergang, der Waschmaschine und lass dich überraschen, was wiederkommt, manches taucht für Momente wieder auf, manches war, das heißt, danke dafür, dass es da war, danke im Abschied und es gehört dazu, das macht es bunt. Also, auf den Prozess und sich Atempausen geben.